Hallo, wir sind heute im Ibis Lüsseldorf City. Das ist recht nah am Hauptbahnhof. Ich bin für zwei Nächte in Lüsseldorf aufgrund einer Veranstaltung morgen, habe das Zimmer 427. Gleich zur Rechten, Ablagefläche, Kleiderhaken, mein Koffer steht schon dort, ein paar Fächer sind da, Spiegel. Und im Spiegel sieht man schon das große Sweetbett bei Ibis. Das in fast allen Ibis-Häusern hier in Deutschland zu finden ist, sehr, sehr bequem. Deswegen buche ich auch gerne bei Ibis. Das Zimmer ist ein bisschen, wie man sieht, ein bisschen verwinkelt. Auch nicht so groß, aber zum Schlafen wohl ausreichend. Fernseher vorhanden. Da oben sieht man die Klimaanlage. Schreibtisch, Stuhl, kleine Bank vorhanden. Steckdosen sind direkt neben dem Schreibtisch, zwei Stück frei zur Verfügung. Das Ballzimmer ist etwas sehr klein ausgefallen. Waschbecken, Waschbecken, Toilette, wie man sieht, alles etwas beengt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Trotz Klimatisierung kann man das Fenster öffnen. Finde ich auch ganz nett. WLAN, kostenlos verfügbar, wie in allen Ibis-Hotels. Funktioniert auch reibungslos. Schon getestet. Ja, soweit also ein Blick in das Ibis-Düsseldorf-City. Als ob's an der Bilität dann errichtet werden, kann man jederwho mich schätzt. Vielen Dank.